Und ab und zu auch mal die Aufnahmen stoppen und wieder starten für YouTube. Weee! Hoppla! Oh, wir können hier noch ein bisschen Eis schmengen. Jetzt haben wir am maximalen Eis. Campen werde ich hier noch nicht, weil ich brauche meinen Schokobo. Ohne den habe ich ein Problem. Dann habe ich nur noch einen Tag. Auch der Gegner hat Angst. Der Spruch wird langsam langweilig. Das war einfach. Ja, die geben wenigstens noch mehr als die kleinen Goblins. Das war einfach. Ja, die geben wenigstens noch mehr als die kleinen Goblins. Okay, Blitz habe ich schon maximal. Feuer anscheinend noch nicht, weil ich da alles ausgesucht habe. So, mein Schokobo. Komm bei! Okay. Ist er da? Ich habe gerade meinen Schokobo gerufen und... Warte mal. Ah, okay. Sind ja nur zwei Kilometer. Also. Auf geht's! In welcher Basis ist es denn? Warte mal. Mal gucken. Ach, Karte war's. Was ist das eigentlich? Ach, das ist die Schokobo-Rennstrecke. Klar doch. Ach. So, in welcher Basis haben sie denn denn? Ah! In diese Basis. Okay. Ne, ach. So an. Kann man hier irgendwie rüber? Ah, da hinten. Schön. Schön, dass die hier überall Zäune hin waren. Äh. Ist das lästig. Klappe zu! Monster tot! Ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme. Ich hoffe, ich brich meine Regal ja bald wieder. Und ohne die fühle ich mich irgendwie, äh, nackt. Ich finde aber, die hätten mit den Nebenmissionen so ein bisschen weniger auch machen können. Nicht, dass man von einer Nebenmission in die nächste kommt. Sondern, dass man nach einem bestimmten Storyabschnitt erst wieder welchen bekommt. Weil... Was? Chokobo cha-cha-cha-cha? Der Chokobo hat die Fertigkeit Chokobo cha-cha-cha. Er lernt. Der Chokobo baut dich mit einem niedlichen Tanz auf und stärkt dich so mit hilfreichen Zustandsveränderungen. Ha! Nichts lieber als das. Ich glaube, dafür muss ich die Sause machen. Weiß ich es nicht. Also damit der auch im Kampf dabei ist. Hm. Egal. Ich hoffe ja, dass die Story noch richtig genial wird. Obwohl sie ja schon genial genug ist. Also mir gefällt sie. Aber... Es ist mir momentan so Wildnis und so. Und... Ich will halt mehr gegen das Imperium auch kämpfen. Ja, unsere Aussichten haben sich in der Tat verbessert. Ich hätte gern auch, dass man halt in eine Gegend reinkommt... Äh... ...kommen kann, indem man einfach einen Dungeon betritt und dann auf der anderen Seite wieder rausgeht. Das fehlt mir auch so ein bisschen. Aber es ist halt mehr so Open World anstatt äh... Dieser Spinner ist also echter Kanzler? Ich hatte schon so eine Vorahnung. Man muss nicht durch eine Stadt fahren, um zu einem Ort zu kommen. Was ich aber ein bisschen schade finde. Ich würde gern halt durch eine Stadt fahren. Und am anderen Ende bin ich in einem anderen Gebiet. Und... ...und... ...und... Vorsicht, freilaufende Schokobuss! ... ... Obwohl, freilaufende... ... ... ... ... ... Wo denn? Ich sehe nichts. Oh, okay. ... ... Mit dem will ich nichts zu tun haben. Und wie ich sehe, auch nicht. So, wir haben jetzt nur noch einen Kilometer vor uns. Dann können wir mal ein bisschen Gas geben. Mit dem Auto werden wir natürlich schneller. Aber unser Auto ist ja... Alter, was? Was ist denn da los? Moment, momentan tappen wir eher im Dunkeln. Die sind friedlich, ne? Ich will trotzdem mal absteigen und gucken. Danke. Bis bald, Kleiner. Okay, die sind nicht ganz so friedlich. L28. Los, Kleiner. Sind die friedlich? Nein, die sind wirklich nicht friedlich. Ich dachte, die wären friedlich. Aber, hm, sind sie nicht. Wir hauen lieber ab. L28. Ich wollte ja jetzt ab Level 30 Monster schlechten. So, hier entlang. Infiltrieren hier die Basis. Und ich dachte wirklich, man könnte schleichen. Was ist das? Was ist das? Wie kann sie mit diesen soliden Mauern überhaupt fliegen? Unglaublich. Die Mauern sind Überbleibsel eines früheren Krieges. Das Imperium nutzt sie, um seine Basis nach außen hin zu verstärken. Wir brauchen einen Plan. Infiltration der A-R-A-Re-O-Le-Basis. Was für ein schweres Wort. Erhol dich vor Beginn der Operation durch eine Übernachtung am nahegelegenen Sos-Mocke-Refugium. Egnis wird an der Lagerstelle die Strategie erklärt. Okay. Das war sowieso irgendwie mein Plan. Ich habe nur vergessen, dass es die Stelle gab. Aber wir sehen schon hier ist dieses komische Rote irgendwo hast. Ich glaube, das hat was zu bedeuten. Das Problem ist nur, dass wir hier noch eine kleine Schokobung mehr haben. Da wären wir. Also, Eis haben wir maximal. Ach, was haben wir denn eigentlich alles maximal? Alles bis auf Feuer. Ja. Ist an der Stelle noch voll. Ja. Ich habe geradeaus. Da. Wie gut man, dass man das alles noch absorbieren kann. So. Ähm. Magie. Zauber. So. Zwei Flakons haben wir noch. Schlafen unter dem Sternenhimmel. Vielleicht kriegen wir hier jetzt Ramuh auch beigebracht, wie wir den benutzen. Boah, jetzt habe ich hier so viele Gerichte. Ich probiere mal was Neues oder so. Ja. 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 Und dann nehmen wir das. Das sieht zumindest lecker aus. Reis mit Geflügel und Ei. Boah. Wie jetzt? Der eine braucht noch elf EP. Oh mein Gott. Oh, das Foto ist gut. Genau. Nicht wahr? Finde ich auch. Ja. Wo wurdest du frischen? Wie hat er das Foto gemacht? Der war selbst ein Frosch. Das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Egnis, irgendeine brillante Idee? Ein Frontalangriff ist ausgeschlossen. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen die Basis nachts infiltrieren. Im Schutz der Dunkelheit fallen wir nicht so leicht auf. Und jetzt? Sammeln wir Informationen zur Basis. Wir sollten herausfinden, wo der Regalia verborgen sein könnte. Sobald wir genug wissen, arbeite ich eine geeignete Strategie aus. Klingt nach nem Plan. Endlich holen wir uns unseren Regalia zurück. Das ist die Schleichmission, auf die ich gewartet hab. Ich dachte, das könnte man bei jeder Basis oder so machen. Wäre aber cool, wenn man wirklich Basen erobern müsste. Von denen. Suchen wir als erstes den Regalia. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Lasst uns mit äußerster Vorsicht vorgehen. Bei Tagesanbruch ziehen wir uns zurück. Ja. Selbst wenn wir den Wagen bis dahin nicht gefunden haben. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Also wir haben nicht viel Zeit. Ah, man kann die Basen wirklich alle infiltrieren. Auf mein Signal greifen wir an. Bis dahin haltet eure Positionen. Drei. Du kämpfst? Zwei. Eins. Im imperialen Basen kannst du Gegner durch Warp-Angriffe von hinten mit einem Schlag ausschalten. Nutze die Gelegenheit für ein Warp-Ausschalten, wann immer sie sich gebietet. Los. Nicht übel nackt. Aus dir wird noch was. Das war richtig gut. Boah, genau das liebe ich. Damit hat das Spiel einen riesen Pluspunkt. Und wenn das jetzt öfter vorkommt. Noct, was ist denn Suchscheinwerfer? Ich wollte auch nicht. Es ist wieder sicher. Schön vorsichtig. Okay, verstanden. Ich wollte auch nicht in die Suchscheinwerfer. Hey. Oh. Kann man die auch irgendwie ausschalten? Versteckt euch. Boah, eine ganze Armee. Also gegen die habe ich natürlich keine Chance. Ist weg. Das war ein Magitek, Meg. Mit wem will ich mich nicht anlegen. Unser Ziel ist der Regalia. Bleibt in den Schatten. Okay. Ich finde, diese Mission ist richtig nice. Gleich von hinten an. Beende es, bevor es jemand merkt. Okay. Gut gemacht, Noct. Weiter so. Ist das die Stromquelle? Ein Magitek-Sender, wenn mich nicht alles täuscht. Das würde erklären, warum die Magitek-Infanterie in der Umgebung so ungewöhnlich stark ist. Zerstören wir ihn. Dann müssen wir nicht schleichen. Nein. Erst müssen wir den Regalia finden. Leise jetzt. Wir dürfen sie nicht alarmieren. Okay. Okay. Das war... Das war nicht schlau. Ich hätte lieber noch eine Chance gehabt. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Das ist wieder wow. Schleichen ist nicht ganz so meine Stärke in einem Final Fantasy, wie man sieht. Ich hätte auch erst mal gucken sollen, wer da alles ist. Aber schleichen macht schon ganz schön Spaß. Da ist der Regalia. Da ist das gute Stück. Heute muss unser Glückstag sein. Ja. Er scheint glücklicherweise unbeschadet zu sein. Oh Mist. Neue. Wir müssen den Regal ja irgendwie hier rausschaffen. Ah. Ich habe schon nicht plan. Wo war das? War das da? Der war doch irgendwo so ein... so ein... so eine... Waffe. Ach, dann macht ihn so kaputt. So... 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 Nichts. Durchhalten. Es ist noch nicht vorbei. Das brennt ihr auch. Ich spare dir den Atem fürs Ganzen. Zielt auf die Magitek-Tanks. Die Explosionen werden für uns alle gegen einen Rundkreis aus dem WDM. Nun, Beschütztürme ein und ziele auf Magitek. Ich tanz und geht mir in der Nähe durch die Explosionshahn. Ja, aber wo ist eins? Ich weiß nicht mehr, wo die Schützdinger sind. Die waren nämlich hier irgendwo, das weiß ich. Ah, da. Ich hab's gefunden. intra. Arten. Arten. Ach. Nein, da ist ja. Alter, was soll das? Wer ist mal mit? Ach der schon wieder. Ah ne, das ist ein anderer. Äh, wer war Fönix? Für Fönix wäre... Okay. Okay. Das wird aber laut. Wir wurden eh schon entdeckt. Gib alles.